dass es daran liegt dass man erst in die nähe muss um dass die würde sich richtig einfärben bei reichweite auch erhöhte den einstellungen weil an sich hier bei deinen dingern wurden die erst rot als ich in der nähe ankam ja vielleicht ist es auch unterschiedlich ob du hast bist oder mitspieler auch sein bei mir war das ja von anfang an richtig aber nicht erst mal zu den gelben häuschen hier hinten ja schade den fuß kann ich nicht mitnehmen dann gehen wir die blauen dahinten besuchen würde ich sagen ja alles klar bei den gelben hast du aber auch gebaut ja nicht dass wir jetzt hin ja aber nicht rein theoretisch da ja keine gegner hier sind müssten wir in die ganzen höhlen rein kommen ohne uns da gegner anspringen genau da kannst du dir hinterher noch so kettensäge und sowas ganz entspannt holen theoretisch genau und warte mal da war gerade was ich das normale äste dachte ich hätte ein paar sammeln ihre hier alles ich renne einfach nur noch auf die gelben dinger zu ich würde dann lachen dann ist das da wo das riesige loch ist und chiro rennt runter das ist ja wirklich scheiße ach sie hat auch versucht treppen hier zu bauen das wäre eigentlich auch mal eine idee ne versuchen so diese diese treppen diese treppen einfach mal witzigerweise mal zu versuchen in den krater reinzubauen ja das würde gehen denke ich mal jetzt ist so ein richtig mini ding gebaut ihre sommer strand hütte aber beim bei mir ist die trotzdem noch gelb irgendwie strange etwas mit absicht auf diese dinge hier gebaut guck mal alles klar aber wie gesagt hier wo ja eigentlich diese dachstützen gebaut dachstützen und so dach schützen ja du hast bei deinem dach so stützen dran bei mir ging das nämlich nicht ich hatte einfach so ein normales fertig häuschen genommen und fertig weiß dann ist das ok guck mal michelangelo donna presso da hinten oder so ein spezielles ich sag mal guck mal und was ist sie ist zehn kilometer weiter weg da drüben turtelarmee aber wie gesagt bei mir sind die häuser trotzdem noch gelb die russ hat sich geändert diese leute die immer diese leute die ihren büchern rum kram ja ich dachte mir mal ich stolz auch mal so ein fettes floß hier hin und dann setzen wir mal über zu dem blauen möchtest du fahren zu dem blauen ist das ich glaube das können wir sogar beide ich glaube einer links einer rechts ich nimm du mal die seite macht man das denn ja mit mit der dings hier oh warte mal warte hör mal auf mit der linken maustaste machst du vorwärts so sind wir nur im kreis fahren wir dann oder müssen wir ja 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 der hammer aber lieber ein kleines floß bauen wo nur einer lenken muss sie sind schon sauer die götter du wir sind auf ich weiß ich baue ein kleines und schon steht es nicht doof in der nähe rum hast du es umgebracht das böse flößchen ja ja das ist kaputt kaputt man müsste sich jetzt noch so hinsetzen können aber ich glaube hin hocken kannst du dich du ich gerade ach so neben mir nicht bei mir stehst du alles klar ein bisschen teabank vielleicht sind wir doch schneller wenn wir mitten durch den wald laufen könnte eventuell sein cocktails auch sein giga haus alter sagt doch mega porno willen aber außenrum will ich noch ein bisschen was bauen sieht nach außen ein bisschen scheiße aus mit dem quer strebungen kannst du so eine veranda bauen und zusätzlich irgendwie noch so eine das fundament mit stein verdecken dann sieht das auch noch mal besser aus ich werde mal schauen vielleicht mache ich auch eine festung raus so eine fette burg müsste man auch noch mal angehen guck mal meine mausboote weißt du was wir setzen jetzt an land und rennen rüber das geht einfach schneller die stewardess die sich durch die gegend fährt die männliche stewardess was ja nebenbei auch ein witz ist dass du trotzdem noch den rock an hast als typ und auch die fünf stiefel die na ja diese das sind so stewardess schuhe weißt du mit so einem ganz kleinen absatz noch mit dran warte mal und dann noch eine strumpfhose wenn ich alles hier rum steht warte ausrüsten wenn wir von dieser seite ran vom glück sind wir keine asthmatiker mehr sarah du bist hinten beim berg irgendwo oder ich sehe doch ihren namen in der nähe von dem haus da ja aber ob das beim berg ist da ist es wir hätten uns erst sarahs angucken sollen dann deins und dann meins und dann zu sarahs zweiter basis hin gehen soll ja gut was passiert renn mal nicht so schnell gott was oder so alles klar aber es war nur ein baum stumpf wurde ich gerade getroffen weiß nicht ich schwimmen ich sag da mal nichts ich glaube ich mache gleich erstmal die fackeln mitnehmen ich habe keine fackeln im inventar ich schon ja ich will aber auch eine haben alles klar ich wollte gerade sagen warum baust du denn jetzt ein nasengehege alles funktioniert alles funktioniert so kriegt man einen stock gott ich sehe gar nicht wo es hier hoch gehen könnte da hinten geht es hoch mitten in der nacht mit fackeln renn wir zu sarah das hat was verbrennt ich wollte gerade sagen hat was vor der hexen jagd meine fackel ist ausgegangen hallo hier einfach hinterher wir können uns ja hier unten mal schnell ähm ein ding hinbauen wo wir schlafen können wir können nicht schlafen toll dann müssen wir ungeschlafen zu sarah gehen ungeschlafen und mich vorhin kritisieren von der wortwahl her verlierst steine ich weiß ich kann keine mehr aufheben aber du es trotzdem zehn jahre später das ist echt so weißt du in der zeit welt in der zeit werden wir zu ihren baut sie schon fallen für uns auf hoch oh hi kann ich mir bei ihr echt gut vorstellen sie ist echt unsolidarisch was es angeht ist das nicht aber ich hier hat man eine viel schönere fläche zum bauen war ja nicht so viel aber es ist laut 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 naja ich habe den wind auch schon leiser gestellt bei mir weil ziemlich windig ist ach im nordstil war kann nur mit schnee leben und in echt friert sie sich bei den arsch ab aber hier muss im schnee leben wer weiß vielleicht kommt sie aufs himmelsrand erst mal mit matsch einspielen was da nicht matsch hoch da gibt matsch muss mich erst mal einspielen aber ordentlich stein liegt hier um das mögliche rum waschbär hier auch matsch da kommt man bei dir von unten hoch ich bin gerade am treppen bauen ein bisschen in die höhe einfach so einfach meine eigene treppe hoch zumindest mich hier ist irgendwo da hinten und das eine haus das ist blau markiert jetzt auch irgendwo hier hinten habe ich habe ich mir mal ein paar treppen hoch grauen hier denn dass sie für eine treppenwirtschaft alter sie ist gerade runter gesprungen ein stück weiter aufwärts habe ich eine hingebaut in richtung gelber fahne an dieser klippe lang einfach an die 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 rechts von dir jetzt ist klippe und dann richtung gelber fahne da habe ich mir ja eben eine treppe hoch gebaut jetzt redest du in die andere richtung gott warte ich komme mit runter ja genau so siehst du auch aus nur halt ohne haare so hier hinten habe ich die treppe mit hin gebaut hier hier ist ja mal eine geile fläche schön schneeweiß und eben ehrlich nichts ungut aber mich nervt das jetzt gerade mal an baut jetzt bestimmt ein feuerplatz vielleicht können wir jetzt schlafen gehen klar bau das übers lager feuer alles das sieht schön aus alles klar die können wir doch nicht johle hihihi wieder sieht gut gebräunt aus und das im winter aber hallo dann renne ich jetzt zu meinem haus zurück so genug lagerfeuer und runter sind sie folge dir mal attacke ouch das hat bestimmt wehgetan hier ist ein süßes flüsschen flüsschen das nennt man sehe aber okay ein flüsschen fluss ist länglich da ist ja okay und nicht kugel rund wie ich mit einem schnee war gerade ein fliegenpilz der hat auch mal urlaub gemacht knack beine gebrochen kein problem natürlich klar dass das ist kein problem für dich ist wenn ich mir die beine breche was denn jetzt habe ich noch nie gesehen warte 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 komm mal lass uns mal schlafen ich glaube bei tag kann man das besser sehen mittlerweile müsste das gehen koffer 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 kann man das so freuen schokolade na komm krokodil krokodil krokophant hey schnappi bleibt mal stehen bleibt mal stehen schnapp wieder schule krokodil in the forest gesehen ich glaube ich habe schon einen den körper packt ich auch noch nicht ich glaube es gibt auch wildschweine oder so was ja wildschweine habe ich schon gesehen ist es dann aber das ist auch neu krokodil habe ich noch nicht gesehen einfach mal reingucken nicht nur rote farbe hier ist auch noch ein verbesserter speer drin nebenbei praktisch hier flog gerade schon wieder ein krokodil runter alles klar weiter gerannt ich bin beim loch ja ich wollte ich wollte noch mal gucken was ich hier übersehen habe deswegen der sein können dass hier in den häuschen noch was drin ist aber anscheinend nicht dann geht es weiter du bist beim loch aber ich glaube auch gerade dran vorbei ich wollte nämlich zu meinem häuschen zurück dann würde ich auch den stream beenden ja weiß ja doch ein loch und hält doch viele gleich weiter skyrim oder xenoblade chronicles 2 live oder privat er hat so acht heiß hören nebenbei der hat sich ja gestern schon auf meinem discord eingeladen erfunden genauso wie german das mir das ist der kreative modus da kommt mich auch so deine eigene bude kaputt natürlich habe ich meine eigene bude kaputt bei mir dauert es noch eine sekunde bis ich da bin ja dass man sich das inventar nicht voll hauen kann das was ich bin ich nicht entgehen die nicht war das dachte ich mir schon so lauf lauf ja kamin anmachen und noch mal ein hieschen neues tier entdeckt ich weiß zwar nicht welches aber ist mir auch relativ die ganze zeit gebaut und dann macht ihr alles kaputt nein alex mann ich habe eine falle kaputt gemacht für die hieschen weil ich jetzt hieß denn habe berg im weg erdgeschoss lenny und lenny junior genau bin ich so oft auf discord und zur info nur so zwischendurch ja ich bin auch nicht im discord ich war nur auf dem discord für so ein paar leute ist ja nicht das problem ich werde den discord aber hier und da auch nutzen da habe ich so ein extra räumchen um zu informieren hey live stream geht das meine zuschauer da auch bescheid wissen gegebenenfalls weil ich habe von vielen schon zu hören bekommen wenn stream zu denn kriege ich immer nicht mit oder zu spät mit so ich bin bin schon mal auf meiner brücke das ist schon mal sehr viel wert bin gleich in meiner mega porno ich sage dann aber erst mal vielen dank fürs zuschauen bis hierhin wünsche euch einen schönen schatten zu wochenende jetzt wo wir stream ist ja freitag ja dann ja wie gesagt schönes wochenende halt beim nächsten mal wieder ein und bis dann dementsprechend würde ich ebenfalls sagen was das von meiner seite aus ich hoffe es hat euch wie immer gefallen morgen abend wird es bei mir wieder auf youtube overwatch geben aber etwas später erst so gegen neune weil ich ja noch eine spielschicht ab und dann würde ich sagen tschüss ciao und dann